Mein Name ist, wie gesagt, Simon Legner und in diesem Vortrag möchte ich irgendwie zwei Punkte hauptsächlich besprechen. Einerseits einmal ein bisschen einen Einblick geben in die Entwicklung hinter Josen, also das ist dann der erste Teil. Und der zweite Teil wird dann ein bisschen praktischer sein oder da möchte ich kurz aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, diesen Editor Josen für seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und da gehe ich dann auf vier beispielhafte Beispiele ein, wie man den dann entsprechend adaptieren kann. Und vielleicht ganz kurz eine ganz grobe Einführung in Josen. Ich nehme einmal an, viele Leute, die mit OpenStreetMap zu tun haben, wissen, was Josen ist. Also das ist ein Offline-Editor für OpenStreetMap-Daten, der in Java entwickelt wurde. Und durch diese Plattform läuft er auf mehreren Plattformen, also Windows, Mac, OS und Linux. Ursprünglich entwickelt wurde der Editor von Emanuel Scholz. Und mittlerweile gibt es eine längere Liste an Contributors, die Code beigetragen haben oder mehr Code beigetragen haben. Und einen Namen aus dieser Liste möchte ich noch hervorheben. Das ist Dirk Stöcker, der momentan die Entwicklung leitet. Und alle Informationen über diesen Editor findet man unter dieser Webseite, also josen.openstreetmap.de. Vielleicht ganz kurz auf ganz ein paar Features herausgepickt. Also man kann damit super diesen Workflow für OpenStreetMap-Edits abbilden, also Daten laden, Hintergründe sich anzeigen lassen. Man kann dann Daten aus der Datenbank herunterladen, die Objekte entsprechend bearbeiten, Änderungen dann wieder zurück in die Datenbank laden. Und der Editor bietet dann noch etwas weitergehende Features, wie der führt automatisch eine Validierung der Daten durch beim Upload. Und kann auch dann entsprechend Konflikte gut handhaben, wenn die Daten in der Zwischenzeit bearbeitet worden sind. Und diese Liste kann man unten noch weiternehmen. Jeder, der chosen verwendet, weiß, dass man einige Features findet. Und ich möchte jetzt noch eben kurz auf die Entwicklung eingehen und vielleicht nochmal mich ganz kurz etwas detaillierter vorstellen. Also mein Name ist Simon Legner, im OpenStreetMap-Kontext unter 7.04 unterwegs. Ich studiere Informatik auf der Universität in Innsbruck. Und wenn man auf dieser Seite nachschaut, wie ich überhaupt zur OpenStreetMap gekommen bin. Ich habe dann irgendwann im Jahr 2008 angefangen, die ersten Einträge dazuzufügen. Und bin nach wie vor immer noch aktiv. Und wenn man quasi die gleiche Frage stellen wollte, unter How did you contribute to chosen? Das war letztes Jahr im August oder Juli, also direkt nach der State of the Map, wo ich dann einen In-Boat in Österreich aufräumen wollte. Und da habe ich mir gedacht, ich schreibe mir so eine eigene Vorlage, um dann relativ einfach Tags entfernen zu können oder die zu bearbeiten. Und das Problem war, wenn man die Tags herausgelöscht hat, dann wurden sie einfach nicht gelöscht, sondern sind nach wie vor bestehen geblieben. Und das war damals unter diesem Ticket-Nummer bekannt. Und ich habe dann versucht, mir den Code angeschaut und habe versucht, das entsprechend zu lösen, sodass sie das dann in der Hand haben können. Und das war dann irgendwie der Anfang. Und danach habe ich mich durch andere Tickets durchgeschaut und habe dann mehrere Änderungen committed. Vielleicht mal eine Frage, wenn man Interesse hat, an chosen beizutragen, welche Möglichkeiten gibt es? Ich würde mal sagen, die einfachste Möglichkeit ist, einfach den Editor zu benutzen. Und das hilft dem Projekt auch deswegen, weil je mehr Leute den Editor benutzen, umso mehr Fehler werden bekannt, umso mehr Bedürfnisse kann man dann auch entsprechend diskutieren und abdecken. Sehr hilfreich ist auch immer, wenn man auf irgendeinen Fehler stößt, dass man den dann entsprechend gleich meldet, damit dann der möglichst bald behoben wird. Seit kurzem gibt es dann auch die Möglichkeit, auf dieser Webseite von Chosen Tickets zu bewerten. Also einfach anzugeben, ich bin interessiert, dass dieses Ticket umgesetzt wird. Das funktioniert so. Wenn man dann auf der Seite von einem Ticket ist, dann gibt es da relativ klein geschrieben, so Pfeile nach oben und Pfeile nach unten. Und je höher diese Zahl ist, umso mehr Leute interessieren sich dann, dass dieses Ticket irgendwie behoben wird. Und das kann dann auch für manche Leute, die da mitentwickeln, interessant sein, um quasi sehr einfach an dieser Zahl zu orientieren, um dann herauszufinden, welche Änderungen momentan am meisten gewünscht sind. Und dann gibt es noch Sachen, die manche für langweilig erachten. Also es gibt halt dann Dokumentation anzupassen, Hilfe, Texte zu schreiben oder auch dann entsprechend die Texte im Programm zu übersetzen. Natürlich ist man auch immer sehr erfreut, wenn Leute daherkommen und sagen, sie haben jetzt da tolle Icons verfasst, die irgendwie ineinander sehr konsistent sind und einfach die grafische Ansprechbarkeit erhöhen. Oder aber man kann natürlich auch irgendwie direkt am Code weiterentwickeln, aber diese Liste soll auch zeigen, dass man eben sehr viele andere Möglichkeiten hat, um irgendetwas beizutragen. Vielleicht ganz kurz zum Release-Konzept, wie das intern funktioniert. Also wir haben SVN als Repository in Verwendung und jede Nacht wird so ein Latest Build erzeugt. Und damit hat man dann quasi alle Änderungen bis Mitternacht sozusagen zum Testen bereit. Und circa in einem monatlichen Abstand wird dann so eine getestete Version veröffentlicht. Und getestet heißt folgendes, dass eben keine schwerwiegenden Axt drinnen sein sollen. Und die Übersetzungen in die unterschiedlichen Sprachen auch relativ vollständig sind, weil dann in Abstand davor eben versucht wird, dass da keine neuen übersetzbaren Texte dazukommen sollen. Und ich möchte dann noch ganz kurz darauf eingehen, was sich in letzter Zeit getan hat. Am Editor, da gibt es dann mehrere Informationsquellen, um das in Erfahrung zu bringen. Also wenn man den Editor startet, dann bekommt man dem so eine Liste der letzten wichtigen Änderungen angezeigt. Man kann sich dann auch quasi anschauen, was sich im Code immer verändert hat. Das ist eben für Außenstehende etwas zu detailliert. Deswegen gibt es jetzt seit kurzem auch so eine zusammengefasste Änderungsliste, wo man dann eben etwas aggregiert schon schauen kann, was sich innerhalb vom letzten Entwicklungszyklus oder vom letzten Monat verändert hat. Und das dann entsprechend irgendwie mit Links im Wiki auch versehen hat. Und ich denke, ich werde da jetzt nicht groß die Änderungen vorlesen. Wenn Interesse besteht, kann man dann oben auch auf diesen Link klicken. Und vielleicht gehen wir noch auf zwei Änderungen ein, die in letzter Zeit passiert sind, die etwas größer waren. Wir haben dann so einen Expertenmodus eingeführt, mit dem Ziel, dass man für Einsteiger ein paar komplizierte Funktionen versteckt, sodass sie sich eben in diesem Editor leichter zurechtfinden, weil einfach weniger Funktionen bereitstehen. Und man kann dann eben auch in diesen Expertenmodus wechseln. Und das Ziel war jetzt auch dann einmal, sehr viele Shortcut-Konflikte zu lösen, die eben dadurch entstanden sind, dass sehr viele Funktionen dazugekommen sind und dann eben unterschiedliche Plugins oder unterschiedliche Teile vom Code die gleichen Shortcuts verwendet haben und die sich dann eben in die Quere gekommen sind. Das hat dann auch dazu geführt, dass relativ viele Shortcuts sich geändert haben. Und ich denke, nach einer kurzen Umgewöhnungsphase ist es sicher ein sinnvoller Weg gewesen. Vielleicht dann jetzt Richtung zweiten Teil, also etwas praktischer, einfach zu zeigen, wie kann man Chosen adaptieren, um schneller seine gewünschten Änderungen zu machen. Und da gehe ich zuerst einmal ein auf Filter. Das Problem ist, aus der OpenStreetMap API kann man derzeit nur die ganze Boundingbox herunterladen und wenn man dann speziell an irgendeinem Feature interessiert ist, das man mappen möchte, hat man möglicherweise mit viel zu vielen Daten zu tun oder es werden alle Daten angezeigt. Und da ist es angenehm, wenn man einfach manche Sachen ausblenden kann. Beispielsweise, wenn man in der Stadt ist und Straßen mappen möchte, dann könnte es sich anbieten, dass man einfach ausblendet. Ich will keine Gebäude sehen, ich will keine Naturflächen sehen und ich will auch die Land-Uses nicht sehen. Dann fallen schon einmal sehr viele Objekte weg, wo man dann nicht versehentlich drauf hinklicken kann. Und diese Filter kann man dann in Chosen, in so einem Dialog auf der rechten Seite, bearbeiten. Und da gibt es dann ein paar solche Kürzeln, die dann angeben, ob der Filter aktiviert wurde, ob dann die gefilterten Objekte ausgeblendet werden sollen oder entsprechend grau dargestellt werden sollen oder ob man dann den Filter invertieren will, sodass man dann eben genau die Sachen darstellt, die dem Filter entsprechen. Wenn man dann beispielsweise ganz einfach auf Bug-Jabt gehen will, könnte man einfach als Filter Text diesen FixMe-Key angeben und dann entsprechend einfach nur die Objekte sehen, die diesen Tag tragen. Wenn man vielleicht interessiert ist, um Public Transport Sachen zu mapen, also für irgendeine ÖPNV-Karte, dann braucht man hauptsächlich irgendwelche Weg-Objekte, das heißt alle Highway-Objekte, die vom Typ Weg sind, sind von Interesse unter möglicherweise Bus-Stops und Bus-Stations. Und diese Liste kann man natürlich entsprechend erweitern und dann hat man eben eine eingeschränkte Datenmenge vor sich und hat dann nicht das Problem, dass man möglicherweise falsche Objekte auswählt. Für Details kann man dann unten unter diesem Link dann noch schauen, wie das dann genau zu bedienen geht. Der zweite Teil sind Styles. Um das Bearbeiten zu vereinfachen, kann man eben benutzerdefinierte Styles definieren, um entsprechend einfach irgendwelche Objekte, an denen man gerade interessiert ist, unterschiedlich darzustellen. Und wie man der Funktion am Einforschen begegnen kann, ist, dass man in den Optionen auf diese Map-Paint-Styles klickt, dann kann man eben schon Styles installieren, die andere Benutzer zur Verfügung gestellt haben und so kann man dann eben beispielsweise einfach Objekte besonders hervorheben, die zum Beispiel beleuchtet sind oder die irgendeine nationale Besonderheit sind, wie zum Beispiel damals wie in Japan das Earthquake war und wo man dann eben spezielle Text verwendet hat, um diese Sachen zu kennzeichnen. Das kann man dann entsprechend so aktivieren. Andererseits will ich jetzt auch kurz zeigen, dass es relativ einfach ist, dann entsprechende Sachen selber zu entwickeln. Und es gibt in Chosen zwei Möglichkeiten und die einfache ist wahrscheinlich, wenn man sich auf Map-CSS stürzt. Das ist im Endeffekt CSS erweitert für Kautendaten und nehmen wir mal an, jeder, die einmal mit CSS im Internet zu tun gehabt hat, wird auch diese Notation relativ schnell verstehen. Also man kann dann eben mit diesem ersten Block kennzeichnen, dass man Wege, die eben mit Highway gleich Residential getaggt sind, in irgendeiner Farbe mit irgendeiner gewissen Breite darstellt und um das dann quasi so einen Art Schatten zu machen, kann man dann auch quasi so eine äußere Farbe und eine äußere Breite angeben, damit es dann entsprechend so ausschaut. Und wenn man dann, also Siehers, an einem bestimmten Weg interessiert ist, der zum Beispiel Bruggraben heißt, dann kann man dann auch eine andere Farbe angeben und man kann auch sagen, alle Wege, die mit B, U beginnen, zeichnet man in irgendeiner bestimmten Farbe ein und alle dazugehörigen Häuser, also wo die entsprechende Adverse-Tweet mit B, U beginnt, malt man quasi in der gleichen Farbe an. Also die Syntax kann man dann entsprechend nachschlagen und wenn man das dann quasi so erweitert, dass man dann alle möglichen Präfixe, also von AA bis ZZ in irgendwelchen Farben darstellt und diesen Style dann, also in einem Script automatisch dann quasi so einen großen Style-Sheet generiert, dann kann man erreichen, dass man in einer Stadt oder in einem Dorf dann entsprechend alle Straßen und alle dazugehörigen Gebäude visuell leichter unterscheiden kann. Dann sieht man auch relativ schnell, wo dann entsprechend noch Adress-Tags fehlen. Also soviel zu den Styles. Das nächste, was ich kurz erklären möchte oder auf was ich kurz eingehen möchte, sind Presets, also entsprechende Vorlagen, wo man dann eben, die eben dazu dienen, um das Tagging zu vereinfachen und diese Vorlagen kann man auch recht einfach selber schreiben, wenn man Lust hat, etwas XML-Code zu schreiben und als ganz einfaches Beispiel, dadurch, dass jetzt Bing verfügbar ist, bietet es an, dass man quasi so eine Vorlage verwendet, mit der man so einfach diesen Source gleich Pin-Tag hinzufügen kann und wie schaut das aus? Man hat dann eben als XML-Dokument so ein Presets-Item und innerhalb von diesen Tag-Presets hat man dann eben unterschiedliche Items, die quasi diesen Zeilen dann entsprechen, die man dann aufrufen kann und jedem Item gibt man dann unterschiedliche Informationen, die dann eben entsprechend gesetzt werden sollen. Bei Bing ist es sehr einfach, da will man ja quasi nur diesen einen Tag hinzufügen. Für viele andere Sachen möchte man auch noch quasi zusätzliche Informationen abfragen, wie da zum Beispiel etwas, wo man dann für irgendeine internationale Wege Wegweiser kennzeichnen will, wo man dann eben zuerst einmal automatisiert eine Reihe von Tags automatisch vergeben kann und dann zusätzlich noch den Benutzer abfragt, er soll doch bitte diese Junction-Number angeben, so dass man die dann entsprechend gleich mit hat. Und wenn man quasi dieses Preset ladet, dann schaut der entsprechende Dialog folgendermaßen aus. Man hat dann eben irgendein Label, man hat dann eben diese Junction-Nummer, die man vom Benutzer aufregt und hat dann auch noch einen Link, der dann auf die Webseite führt, wo man dann noch nachschauen kann, wie dieses Preset überhaupt zu verstehen ist. Und wenn man sich dann anschaut, wenn man dann so ein Objekt hat, die entsprechende Presets hat, dann scheint auch dieses Preset über diese internationalen Wegweiser oben in dieser Liste auf, wo man dann draufklicken kann und dann wieder diesen Dialog angezeigt bekommt. Als letzten Punkt möchte ich noch kurz auf den Validator eingehen. Der Validator ist ja ein Feature, der alle Objekte im entsprechenden Bereich überprüft, ob da irgendwelche Abnormalitäten vorherrschen und dann möglicherweise auch schon vorschlägt, wie man die korrigieren kann. Und da möchte ich jetzt ganz kurz noch darauf eingehen, wie so ein Validator funktioniert. Und als Beispiel hätte ich mir jetzt herausgesucht, man prüft für alle Kreisverkehre nach, ob sie zumindest mindestens drei zulaufende Wege haben, was im Allgemeinen sinnvolle Annahme ist, weil man sonst ja keinen Kreisverkehr bräuchte. Und dieser Validator besteht aus unterschiedlichen Tests und vom Ablauf her schaut es so aus, dass man jedem dieser Tests einfach alle Objekte quasi unter die Nase hält und dann darf jeder dieser Tests irgendetwas damit machen. Und in diesem Beispiel, wenn man die Kreisverkehre überprüfen möchte, dann ist die Idee so, dass man quasi von diesem Weg einmal überprüft, ob das überhaupt ein Kreisverkehr ist. Das geht recht einfach. Also das ist jetzt entsprechend Java-Code, der dann direkt im JOSEN-Kern vorliegen könnte. Man prüft nach, ob der die entsprechenden Tags hat, die einen Weg-Kreisverkehr charakterisieren und sinnvollerweise, dass der Weg auch in sich geschlossen ist. Und die Idee danach ist, dass man dann quasi jeden Punkt anschaut und alle Wege herauspickt, die von diesem Punkt aus, oder wo dieser Punkt Teil des Weges ist, und dann quasi nur die Wege nimmt, die quasi andere Highways sind, die also zu diesem Kreisverkehr führen. Im Code würde das dann so aufschauen, dass man dann alle Knoten des Weges anschaut und dann schaut, bei welchen anderen Objekten ist dieser Knoten noch Teil und prüft dann nach, ob das entsprechend ein Highway ist. Und wenn das der Fall ist, dann zählt man das quasi dazu und schaut dann am Schluss, ob man höchst, wenn man dann weniger als drei solche Objekte gefunden hat, die also zum Kreisverkehr dazu führen, dann erzeugt man so einen Test-Error, der dann eben in diesem Dialog angezeigt werden kann. Und als Beschreibung steht dann eben so ein zu wenig verbundener Kreisverkehr. Und wenn man dann diesen Fehler anklickt, kann man dann automatisch zu diesem Weg kommen. Also um dann das noch einmal kurz zusammenzufassen, was ich in diesem Vortrag gezeigt habe, Chosam ist da eben ein Editor für OpenStreetNap-Daten. Er ist relativ leistungsfähig und was ich hoffentlich auch zeigen habe können, recht leicht erweiterbar. Weitere Code-Contributions sind natürlich immer gerne willkommen und ich freue mich auch jetzt auf interessante Fragen oder auf Diskussionen jetzt oder später im Laufe des heutigen Tages. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Blick in den Raum, gibt es Fragen? Wenn es aus dem Raum keine Fragen gibt, von mir eine kurze Frage. Die Presets kann man ja selber anpassen. Den Validator, glaube ich, der ist im Kern verankert, hast du gerade erwähnt. Genau, momentan ist er im Kern verankert. Was natürlich immer geht, ist, dass man entsprechende Patches schickt, die eingebaut werden. Und was auch eine Überlegung ist, ist, dass man den Validator über Plugins entsprechend erweitern kann. Jetzt trauen Sie sich. Zu diesen Presets, habe ich schon mal darüber nachgedacht, ob man da auch Bilder einbauen kann, weil ich denke, für manche Leute ist es einfacher, ein Bild auszuwählen, neben dem eine Radiobox oder sowas ist, anstatt das in Text zu beschreiben, was man denn jetzt eigentlich gerade sucht. Also ich persönlich habe darüber jetzt noch nicht nachgedacht, aber es klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Erweiterung, dass man eben, was man sich auf jeden Fall anschauen könnte. Ja, die Presets, das ist so das Thema hier irgendwie, sind total nützlich natürlich, weil es einfach geht, aber wie wird denn das kontrolliert, dass wirklich die Konventionen aus dem Wiki zum Beispiel eingehalten werden? Also ich sehe es auch beim Potledge genau das Gleiche. Da werden einfach Text dann rausgehauen, die einfach nie irgendwie in einem Proposal mal waren. Bei den Presets, die im Kern enthalten sind, das sind quasi die Presets, die automatisch schon verfügbar sind, oben bei diesen internal, Entschuldigung, ich habe gar keinen Screenshot, also eben die im Kern drinnen sind, da sind eben die Leute, die dann den Code einspielen, sind halt da angehalten, zu schauen, ob die auch sinnvoll verwendet werden oder möglicherweise aus einem Proposal entstammend. Bei diesen Benutzer-beigesteuerten Presets, also da steht jetzt ein Screenshot für Styles, aber es funktioniert ganz gleich für Presets, da muss man sich halt dann quasi darauf vertrauen, dass der Benutzer, der dieses Preset geschrieben hat, auch sinnvolle Text verwendet. Und sollten dann im, in diesen Standard-Presets irgendwelche falschen Text vergeben werden oder so, bitte einen Bug eröffnen, dann dürfen wir uns das jetzt anschauen und entsprechend auch korrigieren. Vielleicht darf ich zum Presets-Thema nochmal fragen, wie wäre dann das Vorgehen, was ihr euch wünscht? Also zum Beispiel haben wir jetzt ein paar diesen 3D-Workshop gehalten in Garching, da haben uns da, ich sage mal weitestgehend, auf den Tagging-Schema geeinigt. Meine Idee wäre jetzt, dass man da eine externe Datei erstmal macht, mal selber ein bisschen rumprobiert, so dass man auch keinen Mist baut, und dann submittet man das irgendwie, oder wie läuft das? Für Presets braucht man gar keinen S2N-Zugang, sondern im Endeffekt geht es dahingehend, dass man einfach eine Wiki-Seite erstellt und dort dann quasi diesen XML-Code hinterlegt. Und für weitere Informationen kann man dann am besten einfach bei diesen beiden Links anschauen, wo dann nochmal erklärt ist, wie man die dann entsprechend einbaut. Und das ist dann relativ einfach, also einfach eine Wiki-Seite bearbeiten und dann werden sie bald darauf dann in dieser Liste schon aufgeführt. Noch eine letzte Frage irgendwo? Wenn nicht, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.